ja herrn willkommen zu den D-Shop Video es ist kein D-Shop weil wir haben es jetzt noch früh richtig scheiße total Kopfschmerzen ich kann gar nichts machen nur die Läste sind in D-Shop Video kommen denn deswegen gibt es die Läge von D-Shop also heute im Shop ist wie gestern die Eiskönigin ganz ganz Kind und sich und die Krone fällt doch ganz gut dann sie verfüllen ist die an das Gegenstück führen ein ich weiß er vielleicht will ich mit welchem Namen der Klinik ist so ganz aber Kratzer die Spitze kreis Brote es richte eigentlich nicht Katze Fäden für Machen und das es ist in Arzt jetzt hätte ich schon wofür also Knurra ist so ein bisschen ja schon bis zum Helmins die Zähne es ist so gruselig aus Gruselig verschicken die Backpack der Hälfte nun wenn sie sich die Arme kann machen im Kinderbrechen ist auch ganz geil von der Backpack also die Krippchen hat so hinten drauf ist geil und ist das künstliche Schlappung ähm die Spitze des Pressluft-Hacker auch das haut so viel ganz nahe ist aber naja sieht nicht so geil aus und passt nicht so zu tun Peck muss sagen und der Engelte ist Flauschsegel das kommt Stil und Zeichen drauf okay die Richtigste dieses Schattenagenten ganzes Kind kann so viel kommen zu machen ich bin ich gemerkt habe und so zu machen sie ist auch zu ziehen und jetzt mache ich viel im Shop und das ist nicht mehr so geil die Spitze der Krieg und die 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 auch die das ist die die Stufen 600 die damals 9 das auf jeden Fall und die 6 das ist ein Motiviert in vielen Wissen die Schätze zu machen Katze wird folgen und letzte keine Ahnung die Städte und Gendt Mieskei so so ich fühle mich gut sein das Wasser noch wieder mit ihm Daily Shop wir sagen aber hier kürzel